Hallo und willkommen bei Hartverrat. In diesem Video das Update des 1300 Euro Gaming Computers Juli 2013. Als Prozessor der Intel Core i5 4670K mit 4x3,4 Gigahertz. Der Prozessor hat einen Turbotakt von 3,8 Gigahertz, 84 Watt TDP. Eine integrierte Grafikeinheit, die Intel HD 4600, ist praktisch, wenn man einen zweiten Bildschirm anschließen will oder für Leute, die Videobearbeitung machen. Und er hat einen KM-Namen, was bedeutet, er hat einen freien Multiplikator, also freies Übertakten. Dieser Prozessor ist der Gaming-Prozessor schlechthin. Er ist in den meisten Games durch seine Haswell-Architektur besser als der 3770K. Und insgesamt sollte er für Gamer noch 3-4 Jahre locker ausreichen. Falls er mal etwas zu langsam wird, kann man ja dann übertakten. Dann als CPU-Kühler ein Thermalright Macho 120. Es ist ein wirklich sehr großer CPU-Kühler, was bedeutet, man kann ihn leise betreiben. Oder den Prozessor stark übertakten. Dann als Mainboard ein Gigabyte Z87 HD3 mit dem Intel Z87 Chipsatz. Es hat alles, was man braucht. USB 3, S8H3, PCI Express 3.0, eine 7.1 Soundkarte und vier DDR3 RAM-Bänke. Und am IO-Panel hat es zwei USB 2, PS2, vier USB 3, eine LAN-Buchse, 6 3,5 mm Klinkenanschlüsse für die Soundkarte und VGA, DVI und HDMI für die integrierte Grafikeinheit. Und natürlich bietet es Gigabyte-typisch viele Übertaktfunktionen. Dann als Arbeitsspeicher 8 Gigabyte G-Skill NT-Series DDR3 1333 DIM, CL9 Dual Kit. DDR3 1333 und CL9 ist recht flott. Es ist ein Dual Kit, was bedeutet, man kann ihn im Dual Channel Modus betreiben. Dabei wird jeder mit 64 Bit angebunden, also insgesamt 128 Bit. Das macht das Ganze ein bisschen schneller. Und 8 Gigabyte sollten auch für die nächsten paar Jahre Dicke ausreichen. Als SSD eine 120 Gigabyte Samsung 840 Basic. Es ist eine sehr schnelle SSD zu einem Spitzenpreis-Leistungsverhältnis. Und 120 Gigabyte sollten für das Betriebssystem, alle Programme und vielleicht das ein oder andere Spiel Dicke ausreichen. Und als Festdate eine 1 Terabyte Seagate Barracuda 7200.14. Es ist eine überdurchschnittlich schnelle Festdate. Wahrscheinlich einer der schnellsten auf dem Desktop-Markt. Und 1000 Gigabyte sollen für die meisten unter euch locker ausreichen. Als Grafikkarte die 3 Gigabyte Gigabyte GeForce GTX 780 mit dem WinForce 3X Kühler. Diese GTX 780 wurde so stark übertaktet, dass sie so stark wie die GTX Titan ist. Und durch den WinForce 3X Kühler sollte sie noch angenehm leise sein, beziehungsweise man kann sie sogar noch mehr übertakten. Damit kann man dann so gut wie alle Spiele auf den höchsten Einstellungen flüssig genießen. Und Splinter Serts Blacklist gibt's gratis dazu. Und als Netzteil ein 480 Watt BeQuiet Straight Power E9. 480 Watt reichen Dicke aus für diesen PC und ein paar Upgrades. 80 plus Gold ist sehr energiesparend. Und es ist modular. Was bedeutet, man kann die Kabel abnehmen, die man nicht mehr braucht. Damit liegen sie nicht unnötig im Gehäuse herum. Dann noch ein DVD-Brenner von Samsung. Und als Gehäuse ein Fraktal Arc MIDI R2 MIDI Tower. Es ist ein etwas schlichteres, aber schickes Gehäuse. Und es bietet jede Menge Platz. Aber wie immer dürft ihr natürlich selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls das Video älter als zwei Monate ist, bitte in die Beschreibung schauen. Dort auf den jeweiligen Link klicken. Dieser würde ich immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.